Die Familienpartei Deutschlands ist eine deutsche Kleinpartei, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Familie auseinandersetzt. Seit 2014 ist sie mit einem Abgeordneten im Europaparlament vertreten. Inhaltliches Profil Die Familienpartei versteht sich als freiheitlich-demokratische Partei der politischen Mitte. Familie für sie bedeutet Familie eine Lebensgemeinschaft von Eltern mit Kindern sowie ausdrücklich auch getrennterziehende und nicht-eheliche. Lebensgemeinschaften von Eltern mit Kindern Die Familienpartei möchte auf politischem Wege für Männer und Frauen die Wahlfreiheit schaffen, sich für Kinder zu entscheiden, ohne dass sie gegenwärtig und zukünftig wirtschaftliche, politische oder soziale Nachteile im Vergleich zu Kinderlosen in Kauf nehmen müssen. Die Familienpartei plädiert dafür, die Adoptionsmöglichkeiten insbesondere für Ehepaare, die keine Kinder bekommen können, zu erleichtern. Ihr erklärtes Anliegen ist es, durch verstärkte materielle und institutionelle Hilfe in Schwangerschaftskonflikten sowie durch die dauerhafte Zahlung von Erziehungsgehalt und durch Deckung der Kinderkosten die Häufigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen nachhaltig zu verringern. Nach Auffassung der Familienpartei sollen Familien mit Kindern ein nach Anzahl und Alter der Kinder gestaffeltes Sozialversicherungs- und steuerpflichtiges Erziehungsgehalt sowie ein nach Alter der Kinder gestaffeltes Einkommensunabhängiges Existenzsicherndes Kinderkostengeld erhalten. Die Finanzierung soll über die Einrichtung einer gesetzlichen Familienkasse nach dem Umlageverfahren erfolgen. Die Familienpartei fordert, dass alle Eltern, die Kinder erzogen haben, dafür im Alter eine angemessene Rente bekommen. Erziehungsleistende schafften durch Kindererziehung erst die Voraussetzungen für die Renten ihrer eigenen Generation. Deshalb stünden ihnen auch Renten nach dem Umlageverfahren zu. Vor diesem Hintergrund sei das bisherige Verfahren bei der Berechnung der heutigen Renten fast ausschließlich die erfolgte Erwerbstätigkeit zu berücksichtigen, nicht zu rechtfertigen. Die erbrachte Erziehungs- und Betreuungsleistung sei vielmehr gleichermaßen Anspruch begründend. Die Familienpartei fordert das Familienwahlrecht. Die Erziehungsberechtigten sollten pro Kind eine zusätzliche Stimme bei Wahlen. Dadurch kann die nächste Generation mitreden und es wird Politik in Namen der Kinder gemacht. Für das Wahlrecht gelten die Grundsätze der allgemeinen, freien, geheimen, gleichen und unmittelbaren Wahl. Nach Ansicht der Familienpartei leitet sich dieses Stimmrecht ab aus dem Wahlprinzip der Unmittelbarkeit. Unmittelbarkeit ist mit Höchstpersönlichkeit gleichzusetzen. Leitidee Der Familienleistungsausgleich stelle die Zukunftsfähigkeit des Staatswesens wieder her. Dies habe folgende Auswirkungen. Die umlagefinanzierten Sozialsysteme würden wieder leistungsfähig und bezahlbar. Auch bei den Familien blieben Mittel zur begleitenden privaten Vorsorge. Junge Eltern seien bereits finanziell abgesichert. Niemand müsse aus wirtschaftlichen Gründen auf Kinder verzichten oder auf eine Abtreibung zurückgreifen. Der Kindesunterhalt sei in allen Lebensformen sichergestellt. Es bestehe Wahlfreiheit für Eltern, ob sie ihr Kind selbst betreuen oder einer Fremdbetreuung anvertrauen. Die wirtschaftliche Benachteiligung der Eltern werde in allen Lebenslagen aufgehoben. Zum Beispiel führe die Erhebung indirekter Besteuerung nicht mehr zu einer überproportionalen Belastung der Erziehenden. Kindbedingte Armut trete nicht mehr auf. Die Familienpartei Deutschlands sieht in Kulturangeboten einen wesentlichen Baustein des menschlichen und gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Solche Angebote sollten stärker als bisher auch Kindern und Jugendlichen zu günstigen Preisen wahrnehmbar gemacht werden. Bei allen Kulturangeboten sei stärker Rücksicht auf die unterschiedliche Mobilität der Generationen und die Situation in ländlichen Bereichen zu nehmen. Die Familienpartei fordert für berufstätige Eltern, dass an allen Schulformen flächendeckend Ganztagsbetreuungen sowie Betreuung während der Ferien ermöglicht werden. Die Wahlfreiheit des Bildungstyps müsse für Eltern und Kinder gewährleistet sein. Die Familienpartei Deutschlands befürwortet Bildungspflicht, ist aber gegen Schulzwang. Wahlfreiheit beinhalte nicht nur alle Schulformen, sondern auch familiäre Schulmodelle. Die Familienpartei Deutschlands unterstützt das Recht der Jugend auf für die Adressaten kostenfreie Bildung und Ausbildung. Auch angesichts künftiger Anforderungen an die Arbeitsgesellschaft hält sie eine umgehende Kehrtwende zu einem finanziell gut ausgestatteten, effektiven und sozialverträglichen Bildungssystem für dringend geboten. Die Familienpartei ist für die soziale Marktwirtschaft besonderes Augenmerk legt die Partei dabei auf die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit. Arbeitszeiten sollten flexibel sein und Teilzeit solle nach Möglichkeit gefördert werden. Die Kopplung von Fördermaßnahmen mit familienfreundlichen Strukturveränderungen und Maßnahmen sollten zum Grundprinzip gehören. Daher solle der Zugang zu Fördermaßnahmen nach einer grundlegenden Reform vereinfacht werden, damit auch kleine Betriebe die Möglichkeit hätten, Förderungen in Anspruch zu nehmen. Der wirtschaftlichen Förderung ganzer Landstriche möchte die Partei mit gezielten Maßnahmen zur Förderung lokaler Strukturen entgegenwirken. Es dürfe aber keine reine Verlagerung von Arbeitsplätzen aus anderen Regionen erfolgen. Für Existenzgründungen sei angemessenes staatliches Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Die Familienpartei Deutschland sieht die Wirtschaft in der Pflicht ausreichend Ausbildungsplätze für die Schulabgänger zur Verfügung zu stellen. Ab einer bestimmten Mindestgröße habe jeder Betrieb auszubilden. Alternativ erfolge eine Ausbildungsabgabe. Die Familienpartei Deutschlands fordert für Praktikanten mit abgeschlossener Ausbildung einen branchenbezogenen gesetzlichen Mindestlohn sowie die zusätzliche Erstattung von Fahrtkosten. Bediene sich ein Unternehmen wiederholt oder über einen längeren Zeitraum der Arbeitsleistung von Praktikanten unter Inaussichtstellung eines Arbeitsverhältnisses. Ohne dass es bei einer Person zu einer Einstellung komme, habe das Unternehmen im Nachhinein den Praktikanten eine zusätzliche angemessene Abstandszahlung zu leisten. In möglichst vielen Betrieben sollten die Arbeitnehmer mittels Anreizen am Produktivvermögen und damit am Gewinn beteiligt werden und so die Möglichkeit erhalten. Auch bei sinkenden Realeinkommen aus Erwerbstätigkeit bei gleichzeitig wachsender Produktivität auskömmlich zu leben. Die Stärke zugleich die persönliche Bindung zum Arbeitsplatz. Die Familienpartei Deutschlands bemängelt die vergleichsweise geringe parlamentarische Kontrolle der EU-Kommission. Hier trifft ihre Auffassung nach eine mächtige wirtschaftliche exekutive Entscheidungen und setzt staatenübergreifende Normen ohne eine direkte Legitimierung durch Parlament bzw. Bürger. Eine besondere Rolle im künftigen Wirtschaftsgefüge werde die Biotechnologie spielen. Sie greife in die Reproduktionsmechanismen der Natur ein und bietet Möglichkeiten, die natürlichen Ausprägungsmerkmale innerhalb kürzester Zeiträume nachhaltig und unumkehrbar zu manipulieren und so existenzielle Abhängigkeiten zu etablieren. Biotechnologie dürfe nach Ansicht der Familienpartei Deutschlands ausschließlich zum Gemeinwohl eingesetzt werden. Patente auf diesem Gebiet seien zeitlich kürzer zu befristen, Monopole gänzlich zu unterbinden. Die Marktwirtschaftspolitik sieht vor, dass die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft optimal zum Wohle der Allgemeinheit im Sinne eines ökologischen, sozialen und ethischen Wirtschaftens gefördert wird. Das Schaffen dauerhafter Arbeitsplätze mit familienfreundlichen Rahmenbedingungen und die Sicherung des Gemeinwohls unter Berücksichtigung der genannten Aspekte müssen vorrangige Ziele der Wirtschaftspolitik sein. Die Familienpartei setzt sich dafür ein, dass die Rechte für die nachkommenden Generationen im demokratischen System wahrgenommen und berücksichtigt werden. Sie sollen im Einklang stehen mit ihren späteren sozialen Verpflichtungen und humanen Bedürfnissen. Da das Grundgesetz ein Wahlrecht für alle vorsieht, möchte die Familienpartei den Kindern eine Wählerstimme geben, was stellvertretend von den Eltern abgegeben werden kann. In anderen Rechtsfeldern habe sich dieses System mit Abgabe von Rechten und Pflichten bereits bewährt. Außerdem setzt sich die Partei für mehr Mitspracherechte der Bürger und Bürgerinnen ein. Bei wichtigen Sachfragen soll es auch zu einer Volksabstimmung auf Bundesebene kommen. Die Familienpartei möchte, dass die Abgeordnetenzeit auf Bundes- und Landesebene auf 20 Jahre und die Amtszeit vom Bundeskanzler, Ministerpräsidenten und Ministern auf zwei Wahlperioden beschränkt werden. Die Art und Höhe von Einkünften müssen bei allen Abgeordneten offengelegt werden. Außerdem ist die Übernahme von Beratungstätigkeiten in der privaten Wirtschaft an strenge Auflagen zu knüpfen. Die Familienpartei fordert eine gerechte Verteilung der staatlichen Mittel, um einen fairen Konkurrenzkampf zwischen Bewerbern um politische Mandate zu bewirken. Daher soll die staatliche finanzielle Unterstützung der Parteien bei Wahlen bereits auf Kommunalebene einsetzen und das ohne jede Prozenthürde der Wählerstimmen. Für die Familienpartei Deutschlands ist Wohnraum generationenübergreifend zu planen und zu bauen. Diese Forderung bezieht sich sowohl auf die bauliche Realisierung der Wohnungen selbst als auch auf die Gestaltung des Wohnumfeldes. Hierbei sollten Bauen und Wohnen möglichst umweltschonend erfolgen, vor allem in Hinsicht zukünftiger Generationen. Im Sinne einer angemessenen Kostenbeteiligung fordert die Familienpartei Deutschlands eine einheitliche Maut für Straßenbenutzung in allen europäischen Ländern. Beim Personenverkehr ist dem Aufbau öffentlicher Verkehrsmittel gegenüber der Erweiterung von Park- und Straßenkapazitäten Vorrang zu gewähren. Die Preise im ÖPNV sollten so gestaltet werden, dass die Fahrtkosten vergleichbar sind mit denen bei Nutzung eines PKW. Schutzmaßnahmen für die Kinder müssen mit Nachdruck ergriffen werden, um Unfälle zu reduzieren. Die Familienpartei setzt sich für den Respekt der Natur ein. Die Umwelterziehung sei Aufgabe von Schulen und Elternhaus. Flora und Fauna müssen im Interesse kommender Generationen erhalten bleiben. Tiere sollen als Mitgeschöpfe geachtet werden. Tierschutz genießt einen großen Stellenwert, daher setzt sie sich für eine artgerechte Haltung ein. Die Familienpartei ist gegen Atomenergie, weil die Gefahren für Mensch und Umwelt unübersehbar sind. Als Alternative sieht die Partei Sonnenkollektoren, Solarzellen, Wind- und Wasserkraftanlagen, Kraft-Wärme-Kopplung, Einsatz von Wärmepumpen, latent Wärme speichern und der Einstieg in die Wasserstofftechnologie. Die Familienpartei will diesbezügliche Projekte und Forschung verstärkt fördern. Hochgelobt und wertgeschätzt wird von der Partei das Berufsbild des Erziehers. Wenn aber Eltern diesen Dienst am Kind übernehmen wollten und harte Arbeit verrichteten, so sei diese Dienstleistung am Kind plötzlich keine wertzuschätzende Dienstleistung mehr. Die Gesellschaft müsse hier dringend nach und auch umdenken. Die Familienpartei sieht als richtigen Weg die Einführung eines sozialversicherungspflichtigen Erziehungsgehaltes, hält aber am Betreuungsgeld als Schritt in die richtige Richtung fest. Rund 530.000 Leistungsbezieher seien keine kleine Zahl und zeigten, dass Familienförderung nicht nur einseitig institutionell gesehen werden könne. Die Familienpartei Deutschlands lehnt die Abkommen TTIP, CETA und TISA ab. Es handele sich bei diesen Abkommen um bi- und plurilaterale Handelsverträge, die die Gestaltungsmöglichkeiten von Städten und Gemeinden und ihrer Bürger und Bürgerinnen nachhaltig einschränken könnten und in erster Linie den Interessen von multinationalen Konzernen dienen würden. Diese Verträge stellten einen massiven Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung und das Leben der Bürger dar. Die Verhandlungen zu allen drei Abkommen fänden als Geheimverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die EU-Abgeordneten hätten keinen uneingeschränkten Zugang zu den Dokumenten. Und obwohl Städte und Kommunen direkt betroffen seien, würden die kommunalen Spitzenverbände nicht in die Verhandlungen eingebunden. Dies entspreche nicht den demokratischen Standards. Vielmehr müsse die Einbeziehung in die Verträge so frühzeitig erfolgen, dass die Gestaltungsfähigkeit gegeben sei. Die Familienpartei Deutschlands fordert die Veröffentlichung aller Verhandlungsdokumente. Die Familienpartei erachtet den Zustrom an Menschen, richtig gelenkt als Chance, die Gesellschaft zu verjüngen und der Familie höhere Priorität einzuräumen. Für unsere Gesellschaft wird es aber wichtig sein, die notwendige Integration zum Gelingen zu bringen. Wenn man sich den Zuzug seit nunmehr zwei, drei Jahren anschaut, sind hier aber massive Defizite feststellbar, trotz aller kommunalen Bemühungen. Diese Defizite werden mit weiterem Zustrom keinesfalls besser. Eine gelingende Integration ist aber erforderlich, um nicht neue Probleme zu schaffen. Die Familienpartei sieht die Integration von zugewanderten Menschen aber durchaus als Chance für unsere Gesellschaft, konjunkturell, kulturell, gesellschaftspolitisch. Kommunen sollen entlastet werden und die Rüstungsindustrie soll mit einer Sonderabgabe von 5% des Vorsteuergewinns an der Finanzierung beteiligt werden. Geschichte Die Partei wurde 1981 in Bayern unter der Bezeichnung Deutsche Familienpartei e.V. gegründet. Sie war aus dem Verein Mutter als Beruf hervorgegangen, der Ende der 1970er Jahre versucht hatte, bessere wirtschaftliche Verhältnisse für Mütter zu schaffen. 1989 wurde die Familienpartei von dem Kinderarzt Franz-Josef Breyer aus St. Ingbert Saarland, der von 1989 bis 2006 auch Bundesvorsitzender der Partei war, wiederbelebt. Die Kurzbezeichnung wurde später in Familie und schließlich in Familie geändert. Der Parteiname lautete seit Mitte der 1990er Jahre Familienpartei Deutschlands Familie und wurde 2006 in Familienpartei Deutschlands geändert. Ende 2006 übernahm der freie Redner Arne Gerica aus Tessin das Amt des Bundesvorsitzenden. Mitte 2004 gab es erste Kooperationsgespräche mit der ökologisch-demokratischen Partei. Bei der saarländischen Landtagswahl am 5. September 2004 kandidierten ÖDP-Mitglieder auf der Liste der Familienpartei, die 3,0% erreichte. Bei der Landtagswahl in Brandenburg erreichte die Familienpartei 2,6%. Bei der Bundestagswahl 2005 verzichtete die ÖDP zugunsten der Familienpartei auf eine Kandidatur. Gegen die vorgezogene Bundestagswahl 2005 reichten ÖDP- und Familienpartei-Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ein, da die Frist zur Sammlung von Unterstützungsunterschriften drastisch verkürzt wurde. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 2006 verzichtete die Familienpartei zugunsten der ÖDP. Ende 2006 beschloss die Familienpartei jedoch keine Fusion mit der ÖDP anzustreben, wodurch die Zusammenarbeit der Parteien beendet wurde. Im Saarland verfügt die Partei über 19 kommunale Mandate von Ortsrat bis Kreistag. In St. Ingbert-Rohrbach hat sie bei der Kommunalwahl 2009 die absolute Mehrheit erzielt und stellt mit Martin Wirtz den Ortsvorsteher. Im Stadtrat St. Ingbert ist die Familienpartei mit 6 von 39 Sitzen die drittstärkste Fraktion. Bei der Landtagswahl im Saarland 2009 verlor die Familienpartei zwar einen Prozentpunkt, wurde jedoch mit 2,0% Stimmenanteil stärkste Partei außerhalb des Landtags. Im November 2010 wurde auf dem Bundesparteitag in Kassel der Bundesvorstand neu gewählt. Erhard Lani löste als Bundesvorsitzender Arne Gericke ab, der nicht mehr kandidierte. Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 erreichte die Familienpartei mit Spitzenkandidat Arne Gericke 1,5% der Stimmen. Am 6. November 2011 wurde Hans Wagner zum Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert gewählt. Wagner ist Mitglied der Familienpartei, trat jedoch als freier Kandidat an. Am 5. Juli 2012 trat Wagner sein Amt an. Bei der Landtagswahl im Saarland 2012 erreichte die Familienpartei 1,7% der Stimmen und verlor damit im Vergleich zur letzten Wahl 0,3% Punkte. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2012 verfehlte die Familienpartei mit 0,96% die auf Landesebene geltende Ein-Prozent-Hürde für Mittel aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Zum 1. Dezember 2012 schloss sich die Partei Soziale Gerechtigkeit minus Nordrhein-Westfalen eine Abspaltung der WASG, der Familienpartei an. Auf dem Bundesparteitag am 23,24. November 2013 wurde Maria Hartmann von den Mitgliedern als Bundesvorsitzende bestätigt, nachdem sie das Amt kommissarisch übernommen hatte. Bei der Europawahl 2014 wurde Arne Gericke erneut zum Spitzenkandidaten gewählt und erhielt das Listenmandat seiner Partei zum Europäischen Parlament, nachdem die zuvor geltende Sperrklausel durch das Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden war. Im Europaparlament schloss sich Gericke der europakritischen Fraktion der Europäischen Konservative und Reformisten um die Dänische Volkspartei. Die polnische Recht und Gerechtigkeit von Jaroslaw Kaczynski, die rechtspopulistischen Finnen, die britische Conservative Party sowie bis April 2016 die AfD an. März 2016 beantragte der Europaabgeordnete der Familienpartei Arne Gericke beim EKR-Vorstand seiner Fraktion den Ausschluss der beiden AfD-Abgeordneten. Zum Bundesparteitag am 22.23.11.2014 wählten die Mitglieder der Familienpartei einen neuen Vorstand. Roland Körner konnte sich im ersten Wahlgang gegen die bisherige Bundesvorsitzende Maria Hartmann und einem weiteren Herausforderer durchsetzen und übernahm das Amt des Bundesvorsitzenden. Auf dem außerordentlichen Parteitag vom 20. März 2015 verabschiedete die Partei mit großer Mehrheit, dass man die Abkommen TTIP, CETA und TISA ablehnt. Seit September 2015 hat die Familienpartei ihr erstes kommunales Mandat in Baden-Württemberg, nämlich im Stadtrat von Mannheim. Ein parteiloses Stadtratsmitglied hatte sich ihr angeschlossen. Am 19. März 2016 trat der fraktionslose Thüringer Landtagsabgeordnete Siegfried Gentelle in die Familienpartei ein. Er hatte 2015 die AfD verlassen und danach kurzzeitig der Alpha angehört. Damit ist die Partei erstmals in einem Landtag vertreten. Struktur Die Familienpartei besitzt mehrere Kreisbezirks- und Stadtverbände. Es existiert ein Kreisverband Haffeland in Brandenburg, ein Bezirksverband Oberbayern in Bayern, ein Bezirksverband Osten Schleswig-Holstein sowie ein Kreisverband Köstfeld und jeweils einen Stadtverband in Köstfeld und in Billerbeck in Nordrhein-Westfalen. Des Weiteren besteht eine Ortsgruppe in Wolfsburg. Die Familienpartei ist in 14 Landesverbände untergliedert. Lediglich in Bremen und Hamburg hat die Partei keinen Landesverband gegründet. Die mitgliedsstärksten Landesverbände sind das Saarland und Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Schleswig-Holsten und Bayern. Als politische Hochburg ist insbesondere das Saarland zu werten, wo die Partei bereits sechsmal zu Landtagswahlen antrat und auch regelmäßig zur Bundestagswahl zugelassen ist. Hervorzuheben ist die Stadt St. Ingbert, in der die Familienpartei mit fünf Mandaten die drittstärkste Fraktion im Stadtrat bildet und zusammen mit der CDU und den Grünen regiert. Ferner ist sie in drei von fünf Wirtschaftsräten der Stadt vertreten. In NRW ist die Partei im Kreis Köstfeld mit einem Mandat im Kreistag und mit zwei Gemeinderatsmandaten vertreten. Ihre Wählergebnisse sind bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen in den neuen Bundesländern deutlich besser als in den alten. Auf kommunaler Ebene bestehen mehrere Fraktionen und Fraktionsgemeinschaften mit unterschiedlichen Partnern. Im Kreis Köstfeld besteht eine Fraktionsgemeinschaft mit den Linken. In Schönwald-de-Glin besteht mit den Grünen eine Fraktion. Weitere Fraktionsgemeinschaften auf kommunaler Ebene bestehen mit der Wählergemeinschaft aktiv für Köstfeld im Stadtrat von Köstfeld. Von 2009 bis 2014 bestand mit der FDP im Stadtrat von Potsdam eine Fraktionsgemeinschaft. In St. Ingbert ist die Familienpartei in Fraktionsstärke vertreten und regiert zusammen mit der CDU und den Grünen in einer Koalition. Bundesparteitage, Finanzen und Beteiligungen 2014 erhielt die Partei 133.765,01 Euro aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Die Partei hat bislang keinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2014 eingereicht, sodass gemäß 19 A.A.B.S. 1 Satz 2 Parti geht zum 15. Februar 2016 für sie keine staatlichen Mittel festgesetzt werden dürfen. Die im Jahr 2015 geleisteten Abschlagszahlungen sind gemäß 20 A.B.S. 2 Satz 1 Parti geht zurückzufordern. Laut Bundestagsdrucksache 16 1.870 erhielt die Partei im Jahr 2005 Zuwendungen von etwa 345.000 Euro. Davon waren etwa 13.000 Euro Beiträge und etwa 170.000 Euro Spenden. 155.000 Euro flossen der Partei aus staatlichen Mitteln zu. Insgesamt machte die Partei etwa 13.000 Euro Gewinn. Die Partei erhielt keine Großspenden über 10.000 Euro. Das Reihenvermögen der Partei betrug 2005 etwa 35.000 Euro, 2010 etwa minus 4.000 Euro und 2010 bei etwa 73.000 Euro. Die Partei verfügt weder über Immobilien noch über Firmenbeteiligungen. Wahlteilnahmen Die Familienpartei kandidierte bei den Europawahlen 1994 und 1999 mit einer Landesliste im Saarland. Im Jahr 2004 trat sie erstmals mit einer Bundesliste an. Bei der Europawahl 2014 erzielte die Partei einen Sitz im Parlament. Die Familienpartei ist in keinem Landtag vertreten. Die folgende Tabelle gibt lediglich die Landtagswahlen wieder, bei denen die Familienpartei angetreten ist. 1. Kurzbezeichnung 2. Kurzbezeichnung Die Familienpartei stellt derzeit in den Bundesländern Saarland, Baden-Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen kommunale Abgeordnete. Baden-Württemberg, Brandenburg-Schönwalde-Glin, 1. Gemeindevertreter, Pausin, 1. Ortsbeiratmitglied, Landkreis Haffeland, 1. Kreistagsmitglied, Nordrhein-Westfalen-Billerbeck, 1. Ratsmitglied, Kösfeld, 1. Ratsmitglied, Kreis Kösfeld, 1. Kreistagsmitglied, Saarland-Saarpfalzkreis, 1. Kreistagsabgeordneter, St. Ingbert. 5. Stadträt, St. Ingbert-Mitte, 1. Ortsrat, St. Ingbert-Ruhrbach, 3. Ortsräte, St. Ingbert-Hassel, 2. Ortsräte, Bundesvorsitzende der Familienpartei Deutschlands, Ehrenvorsitzende der Familienpartei Deutschlands, Franz-Josef Breyer.